Ah, ich darf wieder mitspielen. Hallo Leute und willkommen hier bei MiAppleCat. Ja, ich darf wieder mitspielen hier mit meinem iPhone 7 und zwar bei der Beta 3 von iOS 13, denn es gab einen Re-Release. Das heißt, die Beta 3 wurde nochmal neu veröffentlicht in einer geupdateten Version, die dann auch das iPhone 7 und das iPhone 7 Plus jetzt unterstützt. Das heißt, ich konnte mir die Version endlich mal runterladen mit 684,1 MB Größe. Auch die, die jetzt die Beta 3, also den ersten Release der Beta 3 haben, haben hier ein kleines Update drin. Das war aber nur so, ich glaube, knapp unter 200 MB groß. Also da wurden auch noch ein paar kleine Fehlerchen extra ausgebessert. Auf jeden Fall, wir haben sie, die Beta 3, schauen wir mal rum, was sie uns so gebracht hat. Also, hier habe ich nochmal meinen Speicherstand vor dem Update mit 100,76 GB freiem Speicher und nach dem Update haben wir 100,69. Das heißt, jo, ich habe ein bisschen was verloren bei der ganzen Geschichte. Aber ob es das wert war? Naja, wir gehen mal durch. Ich habe hier so ein paar Dinge schon zusammengetragen, was sich jetzt hier alles geändert hat und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an hier in der Home-App von Apple, denn wenn man die zum ersten Mal öffnet, gibt es jetzt hier einen neuen Begrüßungsbildschirm, der neue Funktionen vorstellt, verbesserte Gerätesteuerung, sichere Kameraaufnahmen und so weiter. Gehen wir einfach mal auf Weiter und dann sieht das dann wieder aus wie gehabt. Also, da gibt es einen neuen Begrüßungsbildschirm. Wenn man in den Kontakten Notfallkontakte hinterlegt hat, dann werden die jetzt hier mit einem roten Stern gekennzeichnet, damit die sofort erkennbar sind. In der E-Mail-App hat sich die Farbe des Archivierens geändert auf lila. Ja. Gehen wir mal in den App Store rein, denn da gibt es auch was Neues hier bei Apple Arcade. Wenn wir da mal drauf tippen, dann seht ihr, dass wir hier neue Informationen haben, sogar mit Animationen, 100 plus Spiele, diesen Herbst. Spiele werbefrei auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV, erfahre als erster, wann es losgeht. Also, da bekommt man schon mal so eine kleine Preview hier auf wahrscheinlich eines der Games, das dann hier im Launch oder, nee, das sind mehrere Games, die hier beim Launch dann zur Verfügung stehen werden. Ein Entwickler hat auch hier was Interessantes im Code gefunden bei iOS 13. Und zwar, dass man dann wohl in Zukunft sein altes iPhone zum Übertragen der Daten mittels Kabel an das neue iPhone anschließen kann. Also, da müsste es ja hier Lightning auf Lightning Kabel geben, so dass man dann dort die Daten besser übertragen kann und schneller und vielleicht auch komplett vollständig übertragen kann. Das ist interessant, aber das Kabel dafür, das dafür passt, das muss erst mal noch erfunden werden. Oder es wird eben gedongelt, kennen wir ja. In der neuen Suchen App gibt es einen neuen Tab, der heißt Ich und den kann man aktivieren und dann kann man hier noch besser steuern, ja mit wem was genau geteilt wird. Tja, und das skurrilste Feature ist wohl der FaceTime Aufmerksamkeitsmodus. Ihr seht schon, ich schaue ganz normal jetzt hier bei FaceTime in die Kamera oder auf den Bildschirm natürlich. Damit das aber so aussieht, als würde ich mein Gegenüber auch direkt anschauen, müsste ich ja immer hier oben in die Kamera blicken. Aber das macht ja keiner. Aber das macht Apple dann für euch. Ja, denn die werden die Augen dann dementsprechend verändern, die Blickrichtung, dass es immer aussieht, als würde man sich gegenseitig in die Augen dann blicken. Interessant, ein bisschen creepy, aber interessant. Ach ja, und der Aufmerksamkeitsmodus, den gibt es nur fürs iPhone 10 und das iPhone XS, komischerweise. Dann wurde wieder was eingeführt hier bei eurer Apple ID. Wenn ihr da reingeht, könnt ihr jetzt wieder eure Abonnements hier steuern und verwalten. Das ist vorher aus irgendeinem Grund herausgefallen. Jetzt hat man hier einen schönen Überblick, wenn man natürlich Abos hat. Ich habe keine. Eine coole Sache, wie ich finde, ist auch die Steuerung bei den Kopfhörern. Wenn ihr verbundene Kopfhörer habt, ich habe hier gerade meine Sony Kopfhörer verbunden, die Active Noise Cancelling haben, dann soll man das auch direkt hier aus der Lautstärkeranzeige ein- und ausschalten können. Bei meinen Sonys hier scheint das leider noch nicht zu funktionieren, aber ich hoffe, das wird noch dementsprechend erweitert. Wäre ja cool, wenn ich dann direkt hier nicht nur die Lautstärke anpasse, sondern auch hier Noise Cancelling ein- und Noise Cancelling ausschalten könnte. Es gibt aber noch eine neue Funktion, was hier die Kopfhörer anbetrifft. Denn wenn wir mal hier in die Health App reingehen, dann sehen wir, wir haben hier einen neuen Punkt, der nennt sich Kopfhörergeräuschpegel. Und das ist doch interessant. Dann bekommt man angezeigt, ob man zu laut gehört hat oder ob man genau richtig hört, um eben das Gehör nicht zu schädigen. Das Ganze gibt es hier mit Übersichten, Tage, Wochen, Monate und Jahre. Und natürlich gibt es hier noch mehr Infos, Audiogramm, Geräuschermittlungen. Dann kann man direkt mal sehen, wie laut ist denn das um einen rum. Ganz interessante Geschichten. Und hier gibt es sogar einen extra Punkt, warum ein gesundes Gehör wichtig ist. Hm, also wer das noch nicht weiß, naja. Ich habe ja auch was Neues bei den Bildschirmfotos entdeckt. Wenn ich hier einfach mal ein Bildschirmfoto mache, öffne das, dass ich dann hier in dem Bearbeitungsbildschirm drin bin und gehe hier unten auf das Plus, dann kann ich hier unter anderem jetzt die Deckkraft verändern. Das ist mir vorher noch nie aufgefallen. Vielleicht ist es neu, vielleicht nicht. Für mich war es auf jeden Fall neu. Also hier kann ich jetzt die Deckkraft nochmal anpassen, hier von meinem Bildschirmfoto. So soll es sein. Fertig. Und Windfotos sichern. Und da ist es nun ein bisschen ausgeblichen im Vergleich zum richtigen Bildschirmfoto oder zum normalen Bildschirmfoto. Dann haben wir noch einen neuen Begrüßungsbildschirm und zwar hier bei den Notizen. Wenn wir die zum ersten Mal aufmachen, dann gibt es hier nochmal ein paar extra Erklärungen, Gedankenaufzeichen und so weiter. Da verändert Apple ja auch immer wieder mal etwas bei diesen sogenannten Splash Screens. Wenn euch das iPhone mal ins Wasser fällt oder generell zu nass wird und ihr wollt das aufladen hier mit dem Kabel, gibt es hier bei iOS 13 eine Warnung, dass Laden jetzt hier nicht möglich ist, da hier noch Feuchtigkeit drin ist. Ist ja eine sinnvolle Geschichte. Ja, ich habe es selbst noch nicht ausprobiert, aber das gibt es auf jeden Fall jetzt auch. Es gibt hier auch eine neue Undo-Geste, das heißt eine Rückgängig-Machen-Geste. Wenn ihr irgendwas geschrieben habt zum Beispiel, konntet ihr ja in der Vergangenheit hier immer das iPhone schütteln. Das wussten wahrscheinlich die wenigsten. Und dann wurde diese Eingabe nochmal rückgängig gemacht. Ihr seht, das hat jetzt hier nicht funktioniert, aber es gibt eine neue Geste, ein Doppel-Tap mit drei Fingern. Also hier habe ich den ganzen Text noch stehen. Mach mal schnell einen Doppel-Tap mit drei Fingern. Und ihr seht, der Text ist wieder weg. Ich kann hier wieder neu reinschreiben, will das rückgängig machen. Doppel-Tap mit drei Fingern und das Ganze ist verschwunden. Also eine neue Geste. So, und damit wären wir fast durch. Mehr habe ich erstmal nicht gefunden. Falls ihr noch Neuerungen gefunden habt, dann schreibt es doch gerne hier unter das Video in die Kommentare. Würde mich nämlich auch interessieren. Es gibt ja immer so eine ganze Menge performancemäßig. Ich hatte nicht allzu viel Zeit, jetzt hier mit rumzuspielen. Aber, ja, fühlt sich eigentlich gut an. Fühlt sich flüssig an auf jeden Fall. Es wird schon immer, ja, brauchbarer. Die Beta 1, die war ja doch noch, sage ich mal, sehr buggy. Natürlich, ihr wartet drauf. Ich habe den Geekbench hier drüber laufen lassen. Ist ja wohl klar, gehört zu jedem Video dazu. Und da haben wir die Werte 3.308 im Single-Core-Score und 6.083 im Multi. Bedenkt, alles auf dem iPhone 7. Tja, und was sagen uns die Werte? Die sagen uns, dass wir hier im Single-Core etwas abgebaut haben im Vergleich zur Beta 2. Da hatten wir noch 3.322 und jetzt nur noch 3.308. Dafür im Multi haben wir etwas dazu gewonnen mit 6.083 und vorher waren es 6.057. So, Leute, und das wäre es dann gewesen. Das war hier der kurze Überblick zur iOS 13 Beta 3 Re-Release, auch für das iPhone 7 und 7 Plus. Warum es das nicht von Anfang an für das iPhone 7 gab, ich habe absolut gar keine Ahnung. Da konnte man auch irgendwie keine Informationen drüber finden, weder von Apple noch von sonstigen Seiten. So, ich hoffe, es hat euch gefallen. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei mir, AppleCat. Macht's gut! Wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei mir, AppleCat. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei mir, AppleCat. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei mir, AppleCat. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei mir, AppleCat. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei mir, AppleCat. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei mir, AppleCat. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei mir, AppleCat. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei mir, AppleCat. Wir sehen uns beim nächsten Mal hier bei mir, AppleCat. Untertitelung des ZDF für funk, 2017